Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Partisan? Nein. Ich traue dem nicht. Alles gut, los! Auf geht's, die Damen! Saugelow, Schneider, Bartel mit mir! Winter, die führen den Rest. Das ist nicht schneller, Winter. Ich will hier endlich raus aus diesem Verdacht. Was? Ganz ruhig, Koch. Ganz ruhig. Nicht bewegen, Koch. Friedheim. Friedheim, komm! Minen! Minen! Hüpf' du, Früller! Hüpf' du, Früller! Komm, Friedheim. Grüß. Grüß meine Schwester. Jetzt komm schon! Und jetzt haut ab! Das ist ja der ganze Symphonie. Wir müssen zurück und die Pioniere vorschicken. Herr Leutmann, das bedeutet, wir bleiben hier stecken. Meine Männer sind jetzt schon zermörbt. Wir müssen keine Vorbereitungen für den Winter getroffen. Wenn wir in sechs Wochen nicht in Moskau sind, dann erfrieren wir hier. Ohne Pioniere werden wir hier sicher ein Drittel der Männer verlieren. Das müssen nicht unsere sein. Verdammt, Winter, das ist gut. Diese verdammten Bauen sind doch sowieso alles Partisan. Der Kerl hat uns doch da reingeschickt. Besser dir als wir. Der Wege aus der Wege aus der Wege aus der Wege aus! Erwirk dich, du Dracksau! Mein Gott, ihr spier dir! Steh auf! Jeder, der stehen bleibt, oder fliegt, oder erschossen! Bitte hast du noch eine Zeit, wie wir versuchen, das Bichat und den Rasprilien! Hörst du das, Ivan? Hörst du das? Dabei, dabei, dabei! In Marschrei mir nach! Erinnerst du dich noch an unseren letzten Abend in Berlin? Wir fünf? Ich hatte recht. Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Der Krieg wird auch nicht korrigiert. Wer spiritualistisch geellaert. ich bin der Krieg und deckes, Nein, wir wünschen drei Arme.